ne nur er der ist so sass ehrlich das ist ein sassinator junge der kalziamo er hat zwei sechs punkte also wenn er sich jetzt nen held nimmt aber vorhin ging das auch dass er sich nen elden nehmen konnte halt bei ihm und anderen war das was melden mit mir ich könnte gleich schon wieder tot sein dann kannst du ihn haben digga ich war full life und dann haben drei heavies mit der sentry gun auf mich geballert ehrlich typ hat gottes aim digga ja das war's mit dem hellen junge wie kann der jetzt schon 13 kills haben so viel damage passiert ehrlich es tut weh digga da war er schon wieder also jetzt hat er einen er hat 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 einen er nimmt er einen freiwillig auf endor er ist vor allem hinter mir ja digga die tür war zu als der stun durchgegangen ist wenn er mich jetzt hier sieht digga dann cheatet er zu 100 prozent er cheatet auch wo ist er denn So herrlich. Wir haben nie gesehen, so jemanden Sass ist. Also vielleicht für den neutralen Zuschauer. Der war schon in den vorigen Runden auf Jakku und... Er ist One-Shot. Noch wo war er die ganze Zeit schon auffällig... Oh, ich sehe ihn hier. Ich jag den jetzt. Mir egal, ob ich sterbe. Hab ihn. Nice. Digga, Hauptsache, er ist tot. Also wirklich tot. Seit drei Sekunden und es kommt noch ein Stun durch. Digga. Ich hoffe, der jagt mich jetzt nicht, weil ich ihn gejagt habe. Das ist ja blöd. Aber das geht nicht. Ich dachte schon, er hätte schon wieder einen Held. Aber das war der andere, der hätte ihn nur überholt. Digga. Vor allem auch nur Aiden und Finn, ne? Nichts anderes. Mhm. Auf Jakku eben und was ist dann? Hier Endor halt. Hier Hinrunde. Das geht nicht. Ich spiele Speeder. Habe ich zwar erst auf Level 3, aber egal. Höf an. Jetzt hole ich mir diesen Vader da, diese beschissene Nerven. Mach mal. Digga, jagt er mich Meine Munition Ich dachte, er hätte geschossen Oh mein Gott, ich bin genau in eine Nate reingegangen Alter, Speeder macht ja richtig Spaß Ich werde Speeder-Main Was bin ich dafür, wenn ich dir auf Max mache Ich tacke, Junge Ich bin Speeder-Main Ist da eine Belohnung von dir? Weiß ich nicht Oh Gott, ne Aiden, ist das er? Ne, ne Ich werde trotzdem massiv gejagt Er hat aber einen Sprungdroppler, Vorsicht Ja, ja, Vorsicht Jetzt holt er unendliche Raketen auf Ja Lisa, vor mir Jürgen, was hat Ist oben auf dem Baum, muss hier noch Ne, ne Nö Ich bin hier runter Es ist doch gerade schon wieder 23 Uhr Ich sehe hier irgendwie so wenig Gegner Hier ist die Aiden, die ist aber erstmal weg Das ist Vader Ja, Aiden ist tot Vader, auf dich will ich gar nicht gehen Auf den Todestruppler da hinten genauso wenig eigentlich So wenig Gegner, ehrlich Ist ja geisteskrank Bleib still Wo ist denn der gute Herr? Wo ist denn der gute Herr? Kalamar Mario Oh mein, der auch heißt Alter Scheiter, hier kommt ein Darth Vader Oh fuck Oh fuck Jet Hoch Und wieder runter Zwei Teams nach drüben A, T, S, T Der brutale Zweibeiner Oh mein Gott Digga, die Alex Elite hat mich geholt Schade Ich will nicht mal den, über den ein Gesprächsthema, über die Alex Elite Weiß ich nicht Doch, über den haben wir schon mal geredet Über die Elite Einheit Nein, ich bin stuck in den Baum Oh, Alter, fast in die Zone, ey Du Wege Wett Jetzt hat er, jetzt hat er irgendwie nur noch 24 Kills, ne? Ist Hass Jajajaja, ist Hass Ich komme ja gar keine Kills, Junge Niklas, denkst du, ich schaffe die 870 Punkt Level am Mittwoch? Welches bist du gerade? Ich kann gar nicht gucken 818 Ja, stimmt Weil Level schaffen sollte ich morgen schaffen Take the map, keep moving Da ist ein Held Uuuh, ist ein Palpatine Palpatine Alter, Digga, wer aimt mich denn da so weg? Oh mein Gott, was? Ich hab auf einmal nur 60 Leben Was war das? Hey War der Cheater Ich bin da ihm nichts, ich schwöre Ich brauch davon Einen Clip Ich schwöre, ich bin in nichts reingerannt Das macht keinen Sinn Was? Ich war full live So viel Damage kann ich nun wirklich nicht bekommen haben Hier war er schon wieder Der hat mich gerade gejagt Digga Der hat cheated Oh nein, ich hab die Oh mein Gott, genau in so eine Explosion reingelaufen. Ich muss euch mal später was erzählen, Digga. Ja, später. Ich kann konzentrieren. Ja. Oh, ich wollte gar nicht sagen, du hast schon 62 Quill. Mh, deswegen. Nein! Der Fablin hat mich abgeämt, da bin ich nicht gerechnet. Viel zu sicher, kurz gefühlt. Wenn ich immer um 23 Uhr von euch offline gehe. Dankeschön. Gute. Digga. Alter, Falter. Das ist ein vorsichtiger hier, Entschuldigung. Ah, ist er wieder. Patz! Ne, das ist er noch nicht. Äh, du... Was ist denn hier? Okay. Das geht nach vorne ab. Ah! Spawn natürlich hier. Oh nein, mich jagt ein Speeder-Bike. Ich glaube, das könnte mein Tod sein. Ein Speeder-Bike, ein ATS-T und ein Luftruppler jagen mich. Tschüss! Tschüss! Ich glaube, ich bin Starts-Fight Nummer 1 oder so. Ich bin Solo. Teeege. Scheiße. Ja, jetzt komme ich natürlich wieder an gar keine Kills dran. Ich muss jetzt viel zu defensiv spielen, damit ich nicht sterbe. Ich hörte dich. Ja, das ist ein... ...und Geistig eingegang. Spicing ATS-Team. Die sind mir hier zu... blöd verteilt. Oh.. fuck, die hätte treffen müssen. Nein, ich hab... ich hab kein hero mehr ich bin ganze zeit schon echt low unterwegs der ist alten mal wieder wer von euch wollte um 23 uhr offline gehen ich nicht um 23 uhr okay 23 auf viel zu früh es muss ich so höll ich aufpassen das kann jetzt ganz schnell zu ende sein wenn ich jetzt dummen fehler baue ist oben frei nur das ein hat aber schon gut gefressen er macht richtig auge auf mich leider wenn du ihn gebadyshooter ich hab den gebadyshooter was hat er für gott mit seiner scheiß beschissenheiten also das ist mal eine exe ich was erwartest du damit musst du keinen jungen das ist eine richtige max geht nach unten er ist geboostet nein baby noch nie was er dann gab ich den sprung geschafft christus maria im himmel auf der flieger nein mal hinter mir oh mein gott lass es lass es gegenseitiger respekt der maul steht da immer noch viel zu wenig leben um hier irgendwo rein zu pushen ehrlich der eiden hat 56 hp ist tot das gefällt mir gar nicht das gefällt mir gar nicht viel zu wenig leben hier das gefällt mir gar nicht viel zu wenig leben hier mitnehmen das ist kacke das ist kacke ich bin stuck weg er hat richtig auge gemacht er denn ach schon liebter junge das tat ein bisschen gut der count lässt mich bitte in ruhe oder er stirbt ja das geht auch der hat die leben waren schmackhaft moll lass es nein ich bin stuck junge nein wir haben es eingenommen ich habe das 100 plus verspielt ich habe nicht darauf geachtet ob wir es einnehmen schmackhaft kacke sonst hätte ich offensiver gespielt eine 80er streak habe ich ja das kann man hochladen aber ah das ärgert mich jetzt was für mich da ist so eine geile schade schade das spricht mit seinem namen aus jetzt war der kalt jamo natürlich so kacke die ganze zeit war der so necke man kalt jamo es gibt einsti es gibt es gibt eine er